Hallo und Willkommen zu einem neuen Video. Hinter mir sind noch Buzzer zum Auspacken. Jetzt schnappen wir uns jetzt einfach ein Paket und dann gucken wir mal was da rauskommt. Ich habe keine Ahnung, irgendwo, Adiexpress. Ich packe jetzt aus und wir gehen jetzt runter auf den Tisch und dann gucken wir mal was drin ist und dann weiß ich auch wo es herkommt. So. Ich vermute Adiexpress. Ja. Ja. Aber, ja, auf Adiexpress ist einfach viel zu viel, weil da geht wirklich drauf. Und da liegt da drin alles breitzt hier rum. Da ist nämlich die Verpackung hochgegangen und da ist schon mal der Adapter rauskommt. kabel magnete wird alles zu vernamen dann suche jetzt max wenn die bestellung da haben sie auch wieder zwei bestellungen zusammengefasst so fangen wir jetzt mal mit der erste an meine erste bestellung ist jetzt eine lampe rauskammer mit 50 cm 1,91 die gleiche lampe die haben ja auch schon gestellt auf auf temo ich weiß nicht mehr was ich auf temo gezahlt habe aber ich wollte einfach wissen ob es die gleiche ist es sieht ziemlich gleich aus aber die hat auf jeden fall einen transportschaden weil das da vorne komplett zusammen drückt das heißt das kann sein die funktioniert vielleicht schon gar nicht mehr doch funktionieren dort sind aber die sieht auf jeden fall nicht mehr allzu gut aus auf jeden fall auch eine lampe mit mit bewegungsmelder hier vorne drin und hier hinten hat es mir eigentlich am meisten interessiert ob die ja die haben tatsächlich jetzt sogar einen anderen stecker die haben einen besseren stecker als wie als wie temo weil hier habe ich einen usb-c stecker und usb-c ist echt besser weil da muss ich dann gerade wenn man so ein ding laden will dann weiß man halt dann ist meistens nacht dann weiß man nicht wie rum einstecker und usb-c da kann ich das kabel halt drehen oder wende wie will das passt halt einfach immer und bei micro usb da muss ich dann immer das kabel 20 mal rumdrehen bis ich die richtige position habe die muss ich halt reklamieren die ist kaputt dann sport schaden vorne komplett zusammen drückt ist natürlich echt schade aber funktionieren tut sie auf jeden fall so das nächste auf der bestellung das war sogar relativ teuer 7,67 euro das ist so eine auger lampe wie der hannah aber das muss auf jeden fall schon ein bisschen was hochwertiger sein weil die ist dann gut geeignet für wenn man im hintergrund andere beleuchtung machen will oder generell einfach für für videoaufnahme spezielles licht so jetzt muss ich bloß mit euch gucken was sie denn überhaupt einstellen können braun so oh die ist hell weg mir marsche ist echt eine helle lampe also da kann man jetzt echt nichts sagen da könnte mich jetzt tatsächlich sogar ausleichtern mit der an die lampe das relativ groß und hell da muss ich euch sagen das ist schon mal geil schlecht und die hat ja noch mehrere funktionen da kann jetzt auch rhythmus also wenn jetzt sie schwärzt dann da muss ich ein bisschen weiter rauszoomen dann sieht man dass da so ein led verlauf kommt aber die farbe sind immer die gleiche so wie es aussieht hier unten ist rot und ganz oben ist lila also wenn da immer ein einheitlicher farbverlauf aber die muss ja auch noch mehr können dann hat die ganz weißes licht gelbes licht also weiß gelb das zeige jetzt lieber auf meiner hand da sieht man eher die farbe dann natürliches weiß und so bläuliches weiß und der schalter hier was macht der naja man kann jetzt verschiedene farbe wechseln und das ist eigentlich das was die lampe nachher letztendlich interessant macht aber hat die ja die hat ja das sieht man jetzt auf der kamera eigentlich ganz schlecht da ist ein richtiger farbverlauf drin aber auf der kamera sieht man es jetzt auch besser so ähnlich wie die leds da hinter mir die können ja dann irgendwo hinsteller aber da sieht man halt denn ja den farbverlauf so gut und da sind dann auch hier noch magnete dran also man kann es irgendwo in metall hängen aber jetzt kann man mal runter tun wir mal die die modis noch durch wechseln oh das sieht auch schlecht aus das sieht man jetzt auf der kamera eigentlich nicht wirklich so richtig aber das die farbe die wechselt immer das rot das wird immer dann oder wird intensiver die polizei boah das ist hell also das ist echt hell wo ist das hell so aber jetzt tun wir das da einfach mal als als beleuchtung hinter mir aufstellen und ja so schlecht ist das tatsächlich geil da die macht jetzt im kamerabild irgendwie sträufe oder irgendwas also direkt direkt da über meinen finger was das licht dann praktisch auf meine kamera projiziert aber nicht auf der kamera selber dann ist auch der sträufe weg dann sieht man dass der sträufe weg ist also das ist der nd filter was jetzt gerade weggeschraubt haben das problem ist halt jetzt eine spiegelung in meiner brille drin sieht man wahrscheinlich mehr als wenn ich da rüber gucke wo der monitor so hell ist aber dann sehe ich halt immer was ich auf dem kamerabild seht deswegen habe ich so einen filter drauf aber durch den filter und jetzt natürlich vorne ein glattes glas und das glatte glas reflektiert sich dann halt so eine lampe dahinter aber ich kann halt die spiegelung von meiner brille damit etwas eliminieren sieht man denn den monitor wenn wir nicht mehr so extrem ja also kameratechnik aber ich finde das licht tatsächlich gar nicht mal so schlecht das ist also echt hell ich bin mal gespannt wie lange der akku hebt kann man noch ja muss man halt ein bisschen ausprobieren so gehen wir wieder auf dem monitor das nächste was sie bestellt haben wenn man für 1 euro 91 an die drehschere kauft so ich habe jetzt auf auf timo auch schon mal eine schere kauft und die schere die war auf jeden fall überhaupt gar nichts das ist nicht mehr ganz ob die aliexpress schere besser findet wie chemo schere brauche ich erstmal eine schere dass ich das freischneiden kann also dann ist eine 0815 schere die ist eigentlich recht gut wir frame jetzt mal eine schere davon ja das plastik dahinter fühlt sich ein bisschen lummelig an ist bei der schere tatsächlich ein bisschen besser ja aber wenn sie gut schneiden sollte dann ist ja ja also die schneiden zu müssen schon mal aber kann ja sowas dünner schneiden wie so eine folie ja ja es geht aber mir recht wie schlecht da ist die alte schere von mir da hat er tatsächlich nur die beste Wahl ja also die schneiden zu sowas dünnes auf jeden fall besser als die 0815 schere also die schere die überzeugt mit tatsächlich alt wirklich gucken wir mal auf die große schere oder die andere schere vielleicht ein bisschen besser ist da haben wir nochmal die folie die zweite sind gleich was gleich aber die fühlt sich tatsächlich ein bisschen besser an schneiden schneidet auch besser schneidet auch besser also die die ist relativ gut im vergleich zu der obwohl es eigentlich nahezu die identische schere ist mal die große und die 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 schneider gut also die große ist nur die beste von den drei aber ja also wenn er euch schere kauft weil er irgendwas schneiden möchte dann kauft euch keine keine schere aus china das kann ich schon mal zu dem thema sagen so und da haben sie auch schon wieder zwei bestellungen zusammengefasst so 1,99 Euro das war jetzt tatsächlich echt günstig kommt da so ein led licht raus das ist der hanner wo der karton eigentlich schon komplett kaputt ist und es gibt dann verschiedene Modelle einmal hat das ein integrierter Akku und einmal nicht weiß ich nicht welches Modell ich kaufe dann habe ich das mit Akku gekauft oder das ohne aber ich glaube das mit Akku ja hallo hallo aber das blinkt bloß einmal rot ich glaube das ist der Akku schon leer müsste theoretisch USB-C sein ja USB-C das ist schon mal ein Vorteil so leuchtet jetzt grün was steht hier oben drauf Speed Mode Color Color Brightness naja jetzt muss ich da ein bisschen Knöpfe drücken und was ausprobieren also da war es jetzt nicht nicht so richtig was das nachher wie kann aber das soll eigentlich glaubt mehr auf Musik funktionieren so kleine Ständerleine dabei dass man das irgendwo aufstellen kann und das war jetzt halt das war jetzt echt günstig dass ich öfter denkt dann das probiere ich jetzt mal aus weil das könnte ich auch bei mir dahinter in die Rückwand irgendwie mit integrieren das Problem ist bloß dann soll es halt auch funktionieren da Gott hallo hallo also reagiert jetzt auf jeden Fall auf meine Stimme dann kann ich das da hin dahinter aufstellen und dann sieht man hier wenn wenn Krach bei mir im Büro ist also ja wie gesagt das Kabel war auch noch dabei und da sind auch noch so Magnethalter dabei dass wir das irgendwo irgendwo festmachen können so wie die Lampe da oben die sind ja auch mit Magnet festgemacht aber die habe ich die habe ich mal von Amazon bestellt die war ja auf jeden Fall wesentlich teurer so dann haben wir von der Bestellung jetzt alles dann muss ich jetzt gucken die haben da wieder zwei Bestellungen zusammengefasst was die zweite Bestellung war wo ist die zweite Bestellung dann kommen jetzt bloß drei Sachen raus weil man so ein elfteiliges Nagelset wie ist das da an der Seite wenn ihr euch mehr oder weniger bestellt weil ihr eine neue Pinzette braucht weil meine Pinzette ist scheiße und da sind ein paar Pinzette dabei da sind Nagelschere und Nagelclipser dabei und halt auch Pinzette aber ja gut die Pinzette das fühlt sich jetzt wirklich hochwertig an und da ist auch bloß eine Pinzette dabei ja für was braucht man so ein Nagel also Manikürprofi bin ich auf jeden Fall keiner auf jeden Fall ist noch so eine kleine Nagelschere dabei oi oi wie gut die schneidet ich habe keine Ahnung das wird wahrscheinlich bei meinem Ekel schon gar nicht mehr funktionieren also mit der Nagelschere kann man mit der kann man kein i zum Beispiel jetzt schon mal nichts anfangen aber die Nagelclipser die war da denke ich mir schon funktionieren ja aber fühlt sich jetzt unbedingt wirklich hochwertig an aber hat ja bloß 1,91 Euro kostet wird man das eine oder andere wahrscheinlich schon brauchen können aber Kaufempfehlung würde ich dafür jetzt keine aussprechen Preis-Leistung mit Sicherheit top es funktioniert aber ja das Beste vom Beste ist das definitiv fit aber da steht wie dabei es ist schon echt richtig schwer mal gucken inwieweit das man das nutzt so das nächste so eine Trinkflasche von 1,91 Euro so eine Trinkflasche habe ich mir erst gekauft in Schwarz und die haben jetzt auf der Arbeit immer dabei und die Trinkflasche ich finde die ist echt richtig gut die dichtet oben richtig ab dann hat die einen Schnabel wo man raus trinken kann und hat keine Röhle drin da ist man von unten praktisch trinkt fast nur 400 Milliliter rein wir hätten einen Wasserspender im Geschäft und jetzt im Sommer ist das Wasser relativ schnell warm und so kann man sich halt so kann man das relativ schnell leer trinken und kann sich wieder frisches, kaltes Wasser holen deswegen habe ich da jetzt einfach als zweite bestellt und das nächste ist ein sechsteiliges Pinzette-Set mal gespannt ob da eine Pinzette dabei ist wo wir was anfangen können ich brauche halt neue Pinzette weil meine alte weiß die immer zum Mikkel nehmen oh jetzt finde ich sie da mal auf dem Schreibtisch die ist eigentlich, ja kann man sagen, die ist doch da sind vorne die die Spitze schon komplett verbogen dass man mit der nicht mehr wirklich hart viel anfangen kann und die schließt auf jeden Fall oben sauber ab dass man damit denke ich mal wieder was anfangen kann aber fühlt sich halt ja auch ein bisschen lummelig an also die beste Pinzette sind das jetzt auch einer aber wenn es mir zum Mikkel reicht dann dann ist alles gut 1,91€ für 6 Pinzette vom Preis kann man auf jeden Fall nichts schlechter sagen von der Qualität ja irgendwann wenn ich meinen nächsten Verdampfer wickel werde ich auf jeden Fall so eine Pinzette verwenden und dann wird man das denke ich mal auch in einem Video dann sehen wenn ich die benutze und dann kann ich euch nachher sagen ob ich die empfehlen kann oder nicht so jetzt der erste Eindruck fühlt sich schon ein bisschen billig an aber meine alte Pinzette da ist halt die ist vorne das ist die Spitze so dermaßen verbogen da ist halt echt schwierig nur richtig Watte oder irgendwas fest zu heben funktioniert schon aber Daniel denkt das wird Zeit dass es da vielleicht mal eine neue gibt aber die fühlt sich schon ein bisschen hochwertiger an als wie als wie die neue da muss ich ausprobieren kann ich euch dann mehr sagen irgendwann in meinem nächsten Video mit dem Video sind wir durch wenn euch das Video gefallen hat Daumen vergessen wenn ihr nichts verpassen möchtet abonnieren wenn ihr eine Frage habt Kommentare nutzen bis zum nächsten Video Tschüss bis zum nächsten Video